Und damit, hey Leute und willkommen zu Clash of Clans Part 2, heute auf jeden Fall das Ganze auch im Livestream und wir haben eine ganze Menge geplant, die Zuschauer können uns auch heute helfen, ich würde sagen, seit dem letzten Mal haben wir die Riesen freigeschaltet, wo sehen wir sie, die werden wir direkt ausbilden, würde ich sagen, dass wir mit denen gleich mal angreifen können, wir haben zu wenig Elixier auch, okay, wir holen erstmal ab, also in der heutigen Folge werden wir, oh, die Lager sind direkt voll, werden wir eine ganze Menge machen, wir wollen das Rathaus heute auf jeden Fall auf Level 3 bringen, davor natürlich am besten alles verbessern, so gut es geht, dafür brauchen wir die beiden Bauarbeiter, die Mauern, ob wir die maxen können, werden wir sehen, aber die erste Folge kam sehr, 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 sehr. Ich hoffe, auch die weiteren Folgen kommen krass an, dass wir das Projekt fortsetzen können, ich würde sagen, auf geht's, danke für den heftigen Support und ich bin gespannt, wie die heutige Folge laufen wird, let's go. Wie viele Riesen macht man denn, so 4 und 10 Bogenschützen, das ist unsere Armee auf jeden Fall, das sollte passen, denke ich. Okay, machen wir die auf Level 3, okay, also alle sagen, die Abwehr ist sauwichtig, die sollen wir zuerst machen, dann machen wir Kanone Level 3 zuerst und den Bogenschützenturm, nee, der ist zu teuer, der ist eh erst im nächsten Rathaus, dann müssen wir das andere, ey, lol, ich kann das so tauschen, ähm, Elixier hätten wir da noch, Armee, lol, wir könnten sogar Kobolde freischalten, okay, aber das machen wir vielleicht jetzt nicht noch, das ist, glaube ich, ein bisschen arg viel, oder? Komm, dann machen wir erstmal die Mine einmal hoch, würde ich sagen, derzeit, oh, das haben wir auch schon fast geschafft, Sammler in deinem Profil, ja, das schaffen wir noch nicht, Elixiersammler, sind wir gerade nicht gerade dran sogar, nee, müssen wir gleich noch machen, Belohnung habe ich hier noch ein bisschen aufgehoben, oh, 10 Gems, die heben wir jetzt aber erstmal noch auf, solange wir die jetzt noch nicht brauchen, was wir jetzt erstmal machen, wie gesagt, wir verbessern gerade unsere Kanone und unsere Goldmine, komm, wir machen mal einen Kampf, wir hauen da jetzt alles drauf einfach, so, die Bogenschützen da so außenrum, zack, und hier, wunderschön, sehr, sehr geil, 3 Sterne, ja, ich bin auf die Riesen gleich mal gespannt, sehr geil, 100%, komm, dann warten wir noch kurz die Upgrade, das ist auch noch 4 Minuten, wir können schon mal die nächste Armee produzieren, 4, 10 Bogenschützen, ich hätte es vorgeschlagen, wir machen mal Elixier und Goldlager, weil die sind die ganze Zeit überfüllt, wenn ihr nicht auch mit meinem Creator Code supporten wollt, könnt ihr in den Shop gehen, und da könnt ihr auf das C klicken, und dann könnt ihr dort meinen Creator Code eingeben, jo, Jonas, ist ein kostenloser Support, dauert ungefähr, glaube ich, eine Woche, und dann ist er wieder weg, wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, ist es halt für eine Unterstützung für mich, und für euch völlig kostenlos, danke, und dann können wir mal ein bisschen mehr farmen, so, und damit haben wir unsere nächste Kanone auf Level 3, und jetzt geht's an die Sache, wir haben uns unseren ersten Angriff mit den Riesen, die warten hier schon, und hier ist auch die gleiche Goldmine fertig, auf die warten wir noch kurz, also, wir haben jetzt die erste Goldmine Level 4, die produziert richtig krass, 800, die andere produziert nur so 600, übel heftig so, wir machen jetzt den ersten Riesenangriff, und davor machen wir jetzt die Goldlager und das Elixierlager hoch, das wird übel geil werden, das heißt, wir haben jetzt doppelt Lagerkapazität, 6000, wir sind beraten worden, wir haben jetzt einen mit 1800 Gold und 1500 Elixier, so, jetzt setzt mir zum ersten Mal die Riesen ein, passt auf, die sind fett, so, zwei Riesen auf jede Seite, klaut euch das an, die haben so viel Leben, unschlagbar, das Geile bei den Riesen ist, die gehen zuerst auf die Verteidigungsgebäude, dann gehen die halt Verteidigungsgebäude erstmal kaputt, und das ist halt mega entspannt dann, Alter, schaut euch die Riesen an, die sind einfach so mächtig, so, drei Sterne, schon fast die ersten 100 Trophäen, so, jetzt hier einfordern, und jetzt hier, zack, und weiter geht's, aber die heben wir noch ein bisschen auf, wir sind ja eh ziemlich voll, oh mein Gott, der hat fast 3000 Loot, schaffen wir den überhaupt? Okay, jetzt müssen wir taktisch vorgehen, zwei Riesen hier, zwei Riesen da, und die Bogenschützen hinten dran, fokust, fokus, Alter, Riesen sind einfach mächtig, das ist schon wieder fast zu viel Loot, so, drei Sterne, 100%, unsere Lager sind voll, das bedeutet, wir machen jetzt die Lager erstmal hoch, und dann schauen wir weiter, die letzten Sekunden für unser Goldlager, wie viel Lagerplatz haben wir denn dann, so an die 10.000, schätze ich mal, ne, und, boah, und Level 6 direkt, oh, nee, nicht, und jetzt hier, Elixier direkt auch, ist auch direkt dicker, pass mal auf, sind direkt drei, 8500, was, squareden wir als nächstes ab, ach, pass, ja, 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 sehr guter Vorschlag, easy, kriegen wir voll, ja, können wir uns leisten, so, dafür haben wir das Elixier gespart, so, zack, zack, und Juwel noch obendrauf, den Rest brauchen wir erstmal nicht, jetzt schicken wir den einen Bauarbeiter los, der macht uns jetzt die Kobolde frei in der Zeit, und der andere, der kümmert sich um die Sammler, die Leute nehmen, das sind nur 10 Minuten, das ist easy, zack, so, das fordert mich jetzt heraus, die Zuschauer sagen, die Base ist zu schwer, ich sehe das als Herausforderung, wir gehen all in, so, zack, das fordert mich jetzt heraus, zack, der erste ist weg, die schaffen auch die zweite Kanone, so, pass auf, kacke, egal, 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 wir brauchen eh keine drei Sterne, ich will nur das meiste kriegen, Bogenschützen, bitte auf die Kanone jetzt, auf die Kanone, auf die Kanone, nein, die gehen aufs Goldlager, Riese, zieh, was kann ich denn dafür, dass meine Bogenschützen so dumm sind, die Range mit der Kanone, komm, nein, was, was hat der für eine Range, der Bogenschütze da, nein, wenn die die Kanone gefokust hätten, egal, oh mein Gott, ich habe fast nichts bekommen für den Angriff, okay, so, wir schicken uns zwei Riesen auf diese Kanone, und da oben, ja, 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 die Bogenschützen, zack, so, zwei Riesen hier und die restlichen hier, das ist einfach wunderschön strategisch, passt auf, die erste Kanone fällt, chancenlos, Bogenschützenturm, zack, down, Kanone, komplett überfordert, chancenlos, so, okay, so, drei Sterne, zack, geil, Problem ist, die Goldlager sind jetzt voll, zwar nicht bedacht, aber müssen wir gleich schauen, Riesen, Barbaren, Bogenschützen, 30 Platz habe ich, was ist der beste Angriff, das ist der Pro-Angriff, laut den Zuschauern für Rathaus, drei Riesen, zehn Bogenschützen und fünf Barbaren, ob es klappt, weiß ich nicht, ich baue kurz meine Verteidigung in Mauern ein, so, mal die Kanone schön einbauen, alter, ich bin so schlecht da drin, so, Mauer, hat viel, lange gedauert, aber wir haben eine Kanone eingezäunt, ah, wir nutzen die Mauern einfach mit, mega smart, so, zack, passt auf, wenn es klappt, dann bin ich stolz auf mich, ah, ich weiß, was wir machen können, wir können natürlich zusammenrücken lassen, so, und noch so eine Mauer zwischenrein, einfach, keine Ahnung, einfach, den Flex, das ist eine heftige Verteidigung jetzt, also, unsere erste Pumpe, also Elixiersammler, geht auf Level 4, direkt der nächste, let's go, und wir haben unsere Verteidigung jetzt eingezäunt, ich habe vergessen, Mauern zu farmen, ich bin doof, und damit haben wir auch die Pumpe, Level 4, und jetzt geht's los, so, also, wir gehen jetzt die Mauern an, die kosten 1000 pro Stück, ich muss die einzelnen, gehen die nicht, ich konnte die doch auswählen, nur dann, das nicht, jetzt muss ich jetzt jede Mauer anklicken, egal, so, das geht noch nicht, okay, war auch ein bisschen teuer, aber es kostet auch schon so, ich glaube, 25.000 Gold, die Mauern jetzt hochzumachen, machen wir natürlich, und wir nutzen auch direkt hier das Gold aus dem Lager, so, 4.000, und jetzt farmen wir das auch noch voll gleich, und wir maxen, wir versuchen es zumindest, wir versuchen die kompletten Mauern zu maxen, schaut es euch an, nee, das war's, egal, trotzdem, die Hälfte, wie viel brauchen wir noch, so 13.000, schätze ich mal noch, 10, 12, 13.000, der macht jetzt in der Zeit nämlich die Goldmähne hoch, und wir farmen jetzt, wir haben nicht den nächsten Angriff, wir sind jetzt mega, wir greifen jetzt zuerst die Kobolde an, weil die schlecht sind, und wir hauen nur die Hälfte raus, nee, es klappt nicht, kacke, ich muss nämlich alles raushauen, nee, das sehe ich schon, okay, wir hauen alles raus, habe ich umentschieden, 2 Riesen, und 5 Bogenschützen außen, oh, einer ist so egal, Kobolde sind chancenlos, Junge, wie viel Schaden, äh, wie wenig Schaden machen, und wir gießen, bitte, nice, wir haben noch ein, oh, wir haben noch ein Abzeichen bekommen, jetzt bin ich gespannt, 4.000 von beidem, das ist sehr nice, und, okay, wir kriegen, ah, 20.000 Gold, oh, das ist sehr geil, wir kriegen Gems, wie viel haben wir jetzt insgesamt, ist die große Frage, es sind gerade 30 Gems von 500, naja, dann machen wir direkt mal nochmal den nächsten Angriff, wir testen jetzt eure Strategie zum ersten Mal, bin sehr gespannt, kann er bitte noch diesen einen Bogenschützen, yes, let's go, so, komm, wir testen, also ich weiß, Kobolde ist eigentlich smarter, da, wir machen es mehr Spieler für, für die zu testen, oh mein Gott, was, der hat 15.000 Gold und 23.000 Elixier, was geht denn da bei dem ab, ach, komm, Leute, wir gehen da jetzt rein, versuch es, komm, Loot ist absolut drin, Alter, wie machen wir das jetzt am besten, ich würde vorschlagen, wir gehen da einfach mit 3 Riesen rein und rushen komplett rauf, oder, ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser machen würde, nein, oh, kacke, egal, schnell, holt schnell, schnell, wenigstens ein bisschen, macht die Lager voll, macht die Lager voll, da kommt ein Drachenbeb, ich fass es nicht, egal, oh, ich hoffe, die kriegen Beute bis dahin ran, einigermaßen, da oben hätten vielleicht noch irgendwas Platzier, egal, da unten ist, oh mein Gott, also es tut schon mich gewarnt, das war zum ersten Mal 0% mit eurer Strategie, okay, gut, ich darf es, okay, okay, also, die letzten Sekunden und wir haben den Bauarbeiter frei, jetzt haben wir eigentlich alles Max, Minen Level 4, übelgeil, dazu die Kaserne müssen wir gleich hoch machen und das Rathaus später noch und die Mauern halt, wir sagen, erst mal die Mauern jetzt angehen, zack, so, 1000 und wir müssen noch ein paar Pilze entfernen, ganz wichtig auf jeden Fall, zack, zack und zack, haben wir, sehr geil, wie viele Mauern sind es denn noch, ja, neun, das schaffen wir später, okay, dann entfernen wir erstmal die paar Pilze und kriegen vielleicht noch ein paar Gems, das wäre richtig geil, zack, sehr geil, Gems gefunden, ich liebe das, Kaserne hoch, oder, wir haben ja eh nichts mehr außer das Rathaus, also, oh, ich hab so Bock auf die Kobolde, die werden so nice werden, also, mit der weiteren Kaserne können wir unsere Ausbildungsdauer nochmal verringern von den Kobolden, ach, stopp mal ganz kurz, kann jetzt der nicht mehr die Truppen weiter ausbilden, oder wie, was ist das denn jetzt, ah, kacke, dann brech ich lieber ab, die Gems sind zu wertvoll, hey, die bilden doch noch aus, hä, ist das ein Bug, die Truppen, beide Kasernen werden ausgebildet, die, die, die Truppen werden ausgebildet, warum, wir haben einfach direkt in der zweiten Folge mega den entspannten Bug und bilden einfach unsere Truppen aus, obwohl beide Kasernen in der Ausbildung sind, wir gehen rein in den nächsten Angriff, wir haben jetzt mal, haben wir alle Truppen, wir heben uns einen Riesen auf, komm, so, zack, und einmal bar, hä, entspannt, zack, hä, mega entspannt, drei Sterne und sogar noch Truppen gespart, besser geht's nicht, 5000, ach, dumm, ich bin lost, das kann ich dir nicht ran, egal, also, professioneller Angriff mit Jonas, ja, doch, 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 die Farben das schon ganz gut aus dieser Mine, hier, schön aus, ausnutzen, zack, hä, wie kriegt, mehr als die Hälfte, oder ist noch eine andere Mine, die größere, ja, entspannt in 0%, aber wir kriegen 2000 Gold, zwei Minustrophäen können wir auch mitnehmen, also alles gut, war das doch ein Bug mit dem Kasernen, hier, die produzieren nicht mehr weiter jetzt plötzlich, das war doch safe ein Bug, sieh mal, sehr geil, jetzt haben wir fast 8000 Gold, ich wurde angegriffen, nein, da sind wir gerade kurz weg gewesen, haben gewonnen, oh mein Gott, Wiederholung, das will ich wissen, das war einfach unsere Verteidigung, das war unsere Verteidigung, wir haben 1000 Gold verloren, nein, ah, da oben, jetzt hört euch an, wie die unsere Gebäude rasiert haben, hier, die Mauern, hat das was geholfen, die Kanone da unten ist wirklich ein bisschen lost, die müssen wir, glaube ich, näher ran schieben, sehe ich gerade, trotzdem, wir haben das Weiße verhindern können, aber wir haben Goblins jetzt, oh, wir müssen erstmal, ach so, das dauert jetzt wieder, machen wir drei Riesen, machen wir Koboldstubbarbaren und Zehnbogen schützen, das ist es einfach, und nochmal das Gleiche, einfach Barbaren mal raushauen für einen Angriff, einen Koboldatest, ah, der Bauwerk ist es, okay, dann machen wir erstmal die Mauern jetzt weiter, so, zack, das ist gut, haben wir nicht so eine, so eine, ah, ja, da, das meine ich, sehr geil, 200 sind wir zurück, die Beutekarre, einfach liegen lassen, sehr geil, so, zack, zack, zwei Mauern, ja, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, was müssen wir machen, ach, 15 Bogenschützen, oder insgesamt 15 Bogenschützen, müssen wir vielleicht mal ein paar Bogenschützen mehr machen, einfach einen Riesen draußen machen und 15 Bogenschützen dann stattdessen, und hier genauso, wir kommen zu den letzten Mauern, sieben Minuten haben wir auch die Kobold, oh, das ist geil, okay, oh, 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 ja, ja, da sehe ich mich, 10.000 von beiden, sehr geil, okay, die erste Kampf mit Kobolden, erstmal Kobolde, so, sobald die Riesen jetzt tanken, let's go, das ist übel nice, setze ich das an, und die Kobolde machen der doppelten Schaden, oh, die machen insane Schaden auf Sammler, das ist geil, und der Riese tankt noch bestimmt ordentlich weg, so lange, die Kobolde machen das in der Zeit ganz gut, bestimmt, die machen schon einen guten Job, der Riese ist halt nicht stark genug, die Bogenschützen kommen langsam nach, aber es reicht, denke ich nicht, Ziedbogenschützen, aber wenn sie nicht 100% werden, die Lager sind schon überfüllt, ja, also der Kampf war echt, also ich will nichts sagen, ne, beste Beute bis jetzt, 10.000, also die Lager sind überfüllt, 2 Sterne, also, was soll man sagen, ne, besser geht's halt nicht, wir machen erstmal hier alles max, so, Mauern hoch, nächste Mauern hoch, wir haben sind alles max, so ziemlich, ne, und damit die letzten Sekunden zu unserem komplett maxed Rathaus 2, und das bedeutet, wir gehen damit offiziell auf Level 3, damit würde ich sagen, soviel, zur zweiten Folge Clash of Clans, Heftegger Support auch auf Twitch, wenn ihr die Streams nicht verpassen wollt, Link ist in der Beschreibung, und, ja, was gerne, Abo da für weitere Folgen, hier ist noch der Abstand verlinkt, mit der ersten Folge, wenn ihr die verpasst habt, und alle weitere Folgen, und danke für den heftigen Support, und Rathaus 3 wird uns ein ganzes Mail bringen in der nächsten Folge, ciao!